Ich steige morgens in den Bagger ein, beziehungsweise vorher meine Totalstation baue ich auf, messe Punkte ein, steige den Bagger, lege einfach los, stelle mir meine Sollhöhe ein, steigt ein und läuft. Also wir haben das MC-Mobile System jetzt auf unserem Mini-Bagger installiert. Mit dem neuen System brauchen nicht mehr unsere Aufmaß- und Absteckabteilung hier rauskommen, sondern das kann jetzt der Baustellenleiter selber machen oder sogar auch der Baggerfahrer, der kann schon selber loslegen und dadurch sparen wir uns halt auch den Mann, der dann jedes Mal für ihn einmessen muss oder die Höhen kontrolliert. Wir können das System jetzt auch auf kleinen Maschinen und im Bereich kleiner Baustellen einsetzen. Wir haben jetzt die Möglichkeit sehr nah oder sehr dicht an Gebäude zu arbeiten, auch unter Bäumen. Überhaupt ist das für kleine Baustellen eine sehr gute Lösung, die uns da weiterbringt. Die Vorteile ganz klar, ich bin im Gelände, ich habe keine Bezugspunkte und ich messe mir praktisch die Wege nicht mehr selber ein, sondern die sind vorgegeben auf meinem Display. Molden kann ich ziehen, Wege ausschachten, Tragschichten einbauen, auf Zentimeter genau. Und das ist ganz klar der Vorteil in der Landschaft halt. Dadurch, dass wir nicht mehr alles abstecken müssen, sparen wir uns wirklich sehr viel Arbeit des Baustellenleiters und auch der Mitarbeiter auf dem Bagger kann alleine arbeiten. Er braucht keinen mehr, der nochmal nachmisst oder so. Das spart uns sehr viel an Personalressourcen. Bei jeder Frage im Alltag hilft uns TopCon schnell und zuverlässig die Probleme zu lösen.